Achso, lass mal draußen gucken. Sandsturm hat nix gemacht. Das ist normal hier. Das brauche ich nicht wegmachen. Oh, hier, hier, hier. Aber ich glaube, das interessiert hier keinen. Erstmal. So, was hat der? Der braucht Reifen. Der braucht wieder alles. Das kostet ein Geld hier. Lieferung, Teile, Reifen. Reifen sind aber teuer. Wir nehmen zwei Stück Lackstifte. Oh, Junge, Autospiegel. Drei, Motoröl. Batterie. Zündkerze. Okay. Gut. Ach, ich muss das ja auch noch einräumen. Ich habe das doch eben gar nicht eingeräumt, den ganzen Kram. Och, die. Das Spiel macht mich kaputt. So, okay. Jetzt kannst du reparieren. Ach, der steht die ganze Zeit da und kann gar nix machen. Ne. Wie geht das denn? Ach, hier. Ach, hier. Ach, hier. Äh, Hand. Das ist doch Müll dann, ne? Okay. Hand. Ab hier. So. Dann können die den Müll auch mal holen. Ähm, wo mache ich das mit dem Müll, dass sie den holen? Management. Ne. Ähm. Werkzeuge. Ne. Was ist denn das alles? Einrichtung, Deko, Lieferung. Teile, Kraftstoff, Produkte. Ne. Dienstleistungen, hier, Abfallsammlung. Okay. Hier den Müll können wir rausnehmen. Ja, ich komm. So. Einmal hier rein. Und dann kommt unsere Bestellung. So, guten Tag. Herzlich willkommen. So. Daddle, du. Ja, du kannst mich fahren jetzt, Daddle, du. Okay. Kann ich eigentlich hier das Ding auflassen, oder? Ne, da wurde er geklaut oder so, ne? Glaub ich. Ach, wir haben keinen Kraftstoff mehr. Ja. Oh, was war'n das? Oh. Was? Was war'n das? Hey, was war'n das? Was war'n das für'n Geräusch? Äh, wir brauchen, wir brauchen Kraftstoff. Der ist noch fit. Okay. Lieferung. Äh, Kraftstoff. 200 Liter. Bestellung. Okay. Äh, da hinten ruht sich eine andauernd aus. Pass mal auf, die kann nämlich sauber machen gehen. Äh, die Frau hier. Ja, ich komme. Boah, ist das ein Spiel, wa? Zurück, Aufgabenliste, Tankstelle reinigen, komm. Ja, was ist? Was macht der denn hier? Was? Ja, warum fährt der denn nicht weiter? Big Joe. Hä? Ach, der hat den Müll geholt. Ach so. Okay. Der Müllmann. Lkw ist keiner da mit Lieferung. Da kommt jetzt unser Benzin. Da kommt die Lieferung. Okay. Was ist das für ein Fragezeichen hier? Was ist das? Was ist denn das? Wie, F zum... Was ist denn jetzt? Oh, nee, Geräusch. Setz dich doch nicht dahin. Nein, du hast keine Zeit. Sich dich erst mal in der Pulle bier. Ich werde... Was ist denn jetzt? Was ist denn das? Was ist denn... Was ist denn... Wer war denn das? Saldurwa, Dankeschön für elf Monate. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Äh, hä? Was? Kunde am Kraftstoff. Wo ist denn hier? Ach, Jungens, ihr macht auch, was ihr wollt, was? So, pass up, pass up, pass up. Wer ruht hier gerade aus? Dieser, der ohne Haare. Angestellte, du hier. Sprich, Bezahlung, ja. Zurück, Aufgabenliste, tanken gehst du. So, wir lassen Tank, wir lassen den Benzin jetzt fliegen. Flup. So. Rein mit 200 Liter. Dann einmal hier, bitte, Dampfstrahlen. Wie viel Geld haben wir? Drei, zwei. Wir brauchen noch 9000, damit wir die Waschanlage hier, damit die von selber alles macht. So. So, was ist hier los? Der hat doch, okay, der fährt los. Äh, der repariert, der ruht aus. Warum ruht der denn immer noch aus? Der soll doch tanken gehen. Ähm, der ohne Haare. Warte mal, Angestellte, der hier. Sprich, Aufgabenliste tanken. Okay, der kommt angelaufen. Okay, cool, der kommt. Ähm. Warte, wir gehen mal kurz ein Auto reparieren. Hier können wir bestimmt noch was auffüllen, ne? Ja. Weil ich hatte ja zwei Bestellungen. Okay. 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 Nein. Okay. Öl. Was ist hier? Batterien, ne? Haben wir keine. Okay, gut. Okay, der tankt, der tankt. Das ist schon mal sehr gut. Der ist noch fit hier. Reparieren braucht nachher... Ne, Samuel. Samuel macht eine Pause, ne? Mayumi, du kannst jetzt kassieren. Komm mal her. Aufgabenliste. Bediener an der Kasse. Okay. Sehr gut. Haben wir noch irgendwas zum Auffüllen hier? Hier, hier. So. Zigaretten. Ne, wir müssen bestellen. Wir müssen bestellen. Wir brauchen Zigaretten. Erfrischungsgetränke. Eis. Zeitungen haben wir noch. So Kindersachen hier. So Geschenke und sowas. Hüte brauchen wir noch ein paar. Sonnenbrillen haben wir noch und Schnaps. Okay, okay, okay. Kann dann sein, dass die was doof ist. Hä? Strock grüßt dich. Schwabbel, na? Deines Dankeschön für 59 Monate. Dankeschön. Dankeschön. Lieferung. So, pass auf. Wir gucken mal, ob wir jetzt Reifen... Reifen sind immer noch so teuer. Okay, wir nehmen... Was? Was, was? Was ist? Was ist das? Kann mir mal einer helfen, bitte? Was qualmt denn... Ach, ich werde bekloppt mit dem Spiel. Was ist denn hier los? Nein, ist... Habe ich den Jungen nicht ausgestaltet? Moment, Moment. Das möchte ich... Den Jungen möchte ich nämlich nicht haben. Den hatte ich ganz am Anfang mal. Wo kann man den ausschalten? Sprache, Englisch, nee. Gibt's ja doch auf Deutsch. Okay. Dennis Vandalismus... Nein. Nein. Aus. Aus. Weil der geht mir richtig um den Zeiger, der Junge. Hat der jetzt... Verpiss dich! Ich hab doch ausgemacht! Hä? Optionen... Spielweise... Aus. Ist aus. Aber vielleicht, wenn der jetzt weg ist, ne? Oder? Wie kann man das wieder reinigen? Mit hier so mit Farbe drüber gehen, ne? Ich weiß gar nicht, was muss ich denn hier machen? Oh, nee. Hm. Geh weg. Wie komm ich denn wieder zurück? So. Hä? Was, 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 wie, was muss ich da nochmal tun? Für Farbfall F, um mit dem Malen zu beginnen. Ja, ich weiß es doch nicht. Kaputt, ne? Ah, live. Ich bin total überfordert hier. Guck mal, was ist denn das schon wieder für ein Müll hier? So. Ähm. Haben wir eine Lieferung? Nein, wir haben mal einen Bus hier. So. So. Awesome. Okay. Gut. Hm. Wir hatten doch was bestellt, oder? Oder hatte ich noch hier gar nicht bestellt? Nee, ich hatte noch gar nicht bestellt, ne? Ich hatte nur die Reifen, den Reifenkram oder so bestellt, ne? Produkte, äh, Erfrischungsgetränke. Das. Das. Snacks. Hatte ich hier nicht so Muffins und sowas alles? Gebäck ist das, glaube ich, ne? Junkies, Alkohol. Zigaretten brauchen wir. Das. 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 Eiscreme, nehmen wir das. Autopflege. Das. Zeitungen. Nee. Hüte, Hüte brauchen wir ein paar. Brillen haben wir noch. Teddybären, okay. Hier so komische Dinger. Da so ein Teddybär. Gebäck, 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 Gebäck. Schokodonuts. Und Bludonuts. Und Spielzeug. Hm. Wormitoy. Und so ein Auto hier. Warenkorb. 700 Dollar. Okay. Äh, Müll. Bring mal Müll schnell raus. So, äh, wir haben keinen beim Reparieren. Dann machen wir den mit dem komischen Bart. Den mit dem komischen Bart. Hier, der hier. Sprich, Bezahlung. Ja, sprich, Aufgabenliste. Autos reparieren. So, wir haben... Der ist am Tanken, okay. Gut. Gerrit, hast du eine offene Quest? Achso. Begebt dich zur Unfallstelle. Okay, davon war eine Fragezeichen wahrscheinlich, ne? Aber dann fängt doch der Stress erst richtig an, oder? Dann habe ich doch hier so einen Flughafen noch. Ach, kaputt. Du hast ja keine Ahnung. Du hast ja keine Ahnung. Okay. Ja, das, das stimmt. Ich muss die doch nicht annehmen jetzt, ne? Oder? Muss ich die Quest jetzt annehmen, ne? Nie, ne? Weil dann ist ja noch mehr Stress jetzt. Wir lassen erstmal bis wir 12.000... Ich brauche doch nur 12.000 Dollar. Dann läuft die Waschanlage automatisch. Und dann machen wir uns den Flughafen, würde ich sagen. Flo Kri, ne? Und Dankeschön für 77 Monate, Flo Kri. Dankeschön. Guck mal, noch ein Sub. Dann haben wir Subkohl geknackt. Dankeschön. Dankeschön. So. Bestellung. Okay. Komm rein. 77 Flo Kri. Okay. Unsere Lieferung ist da. Okay. That'll do. That'll do, genau. Du kannst fahren. So, hier ist wieder ein Auto an der Waschanlage. Ich glaube, wir müssen gleich noch Sprit bestellen, ne? Okay. So, wir bestellen auch direkt noch Sprit. Ausruhen dieser Typ im Anzug. Pass mal auf. Angestellte. Du hier. Sprich. Bezahlung. Ja. Aufgabenliste. Tankstelle reinigen. ZZ. So, wir bestellen Sprit. Äh. Lieferungen. Kraftstoff. 200 Liter. Bestellung. Okay. Da kommt der Junge zum Reinigen, ne? Okay. So, haben wir jetzt irgendwas hier? Okay. Die klatschen wir jetzt da hin? Hier gibt's neue Zigaretten. Okay. Das sieht gut aus. Erfrischungsgetränke. Okay. Auch gut. Eis. Auch sehr gut. Zeitungen. Auch gut. Okay. Pflegeprodukte. Haben wir hier noch welche? Spielzeuge. Teddybären und, äh, so komische Dinger. Abo-Ziel erreicht. Das ist doch gar nichts passiert. Wer hat was gemacht? Habe ich irgendwas nicht mitgekriegt? Wir haben Alkohol. Hier haben wir noch ein Regal, ne? Okay. Gut. Ähm. Der soll doch die Tankstelle sauber machen. Und was macht der denn hier? Doch, wir haben zum Tanken einen. Reparieren ist auch gut. Mischer, ne? Okay. Der macht alles sauber. Sehr gut. Da kommt unser Sprit. Da kommt unser Sprit. Wir müssen, wir müssen die Kassiererin gleich mal ablösen. So, komm mit deinem Schlauch. Komm, Junge. So. Okay, Sprit läuft. Wir lösen mal die Kassiererin jetzt ab. Ähm, wir hatten doch hier auch noch Gepäck und sowas, ne? Okay. So, du kannst jetzt erstmal Aufgabenliste, leg eine Pause ein. Das mach ich jetzt hier. Okay. Der beim Tanken braucht gleich auch eine Pause. Warum fährt der denn nicht weg? Jetzt, ne? Okay. Ähm. Wie viel Geld haben wir? 4,7, ne? 4,7. Wo war das mit Autowäsche Level 4? Mehr Info. Okay. Wir brauchen nur 12.000. Was heißt nur? Aber wir brauchen 12.000. Okay. Wir müssen sparen. Was macht Edden jetzt hier? Der macht sauber. Okay. Aber ist nichts zum Saubermachen da, ne? Dann könnte der eigentlich tanken gehen jetzt. Was? Was ist denn da draußen los? Okay. Der geht jetzt erstmal kassieren hier. Komm mal her. Äh. Aufgabenliste. Bediener an der Kasse. Okay. Okay. Stau hat sich aufgelöst. Äh. Reparieren ist okay. Der kann noch ein bisschen tanken. Moment. In der Zeit wasche ich noch das Auto. So. Oh. Was war das? Was schon wieder dieses Geräusch? Was ist das? Habt ihr das gehört? Das ist meine künstliche Hüfte? Was? Was war das? So. Der muss aber jetzt Pause machen, der Typ. Die Frau ruht sich noch aus. Der ist am Reparieren. Wir müssen gucken, ob der noch genug Teile hat hier, ne? Ähm. Oh. Der hat ja gar nichts mehr hier. Wir müssen bestellen. Wir müssen Autoteile bestellen. Äh. Lieferung. Autoteile. Bitte Reifen. Ach. Ich nehme mal zwei Reifen. Ist mir egal. Motorenöl. Batterien. Zündkerzen. Okay.